Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu einem Set von Wange. Und zwar ist das Superchaos der Super Champions Reihe von Wange, die 2883. Ein natürlich komplett generisches Car, was kein echtes Vorbild hat. Und zwar ist es der Borsche. Ja, ist kein Scherz, es ist wirklich der Borsche. Man könnte auch auf solche Sachen verzichten, aber okay, manche, manche mögen es halt. Es wird auf jeden Fall legal so in Deutschland vertrieben und man hat damit auf jeden Fall keine Probleme beim Zoll oder ähnlichen. Das ganze Set besteht aus 175 Teilen, ist wie gesagt aus der Super Champions Reihe. Wenn wir uns das von hier oben hier anschauen, haben wir nochmal hier ein Foto vom Fahrzeug. Haben hier nochmal von hinten ein Foto vom Fahrzeug mit natürlich absolut echten Flammen, die aus dem Modell kommen werden und nicht im Computer generiert wurden. Das ist immer ganz wichtig, weil die sind so wichtig, dass sie auch hier nochmal mit drauf gemacht wurden. Und natürlich auch den Scheinwerfern, die auch so wichtig sind, weil sie leuchten, was natürlich nicht im Computer hinzugefügt wurde. Und auch an dem Fahrzeug ist. Und nur Aufnahme von dem Cockpit von inne. Auf der Unterseite haben wir ein paar Warnhinweise. Und hier die Maße von dem Set. Was das Set, 15 cm lang und 52 cm hoch und 62 cm breit. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sonst ist die Verpackung sehr unspektakulär. Deshalb mache ich das ganze Set jetzt auf. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns mal die Teile und die Anleitung zusammen an. Und sobald wir das Set aufgemacht haben, schreit es einen an mit den Worten, ich bin billig. Und zwar haben wir einen großen Stickerbogen dabei, den ich nicht aufkleben werde. Und nein, dann habe ich das Ding wenigstens als generisches Fahrzeug und klebe die Sticker nicht auf. Nein, das tue ich mir nicht an. Abgesehen davon, wir sehen, wie der Stickerbogen angekommen ist. Das kann man besser machen. Jetzt fragt ihr euch, warum hat man den Stickerbogen nicht einfach in die Anleitung gelegt? Da wäre er doch sicher gewesen. Ja, das ist richtig. Aber die Anleitung ist halt, ich bin billig. 2.0 Das ist eine Auffaltanleitung. Das ist eine Auffaltanleitung, die wirklich nicht den hochwertigsten Eindruck macht. Also ich falle sie mal auf. Wir haben hier so mini kleinen dargestellte Bauschritte. Das ist die gesamte Anleitung. Man kann natürlich danach bauen. Es wird jetzt nicht so schlimm sein, dass es nicht funktioniert. Aber das, ich weiß nicht. Also das Set kostet für seine 175 Teile trotzdem um die 10 bis 15 Euro. Da erwarte ich eigentlich, dass man schon eine halbwegs gescheite Anleitung hat. Weil wir sind da knapp vor Lego Preisen, wenn wir mal ehrlich sind. Ansonsten wird bei der Anleitung ausgegraut, was gebaut wurde und was wieder gebaut wird. Wird in Farbe dargestellt. Was jetzt aber bei den weißen Teilen nicht den größten Unterschied macht. Also ob das jetzt ausgegraut ist oder weiß ist. Da wird man noch genug gucken können. Ich würde sagen, ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen. Wenn ich was im Bau zu berichten, dann seht ihr nochmal einen Zwischenbauschritt. Wenn nicht, dann seht ihr gleich das fertige Fahrzeug. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Review und damit eine Kaufempfehlung oder nicht Kaufempfehlung. Ich wünsche viel Spaß. Und fertig ist das Wange Supercar 2883. Und ich muss sagen, ja, natürlich können wir das jetzt schlecht bewerten, wenn die Sticker nicht auf dem Fahrzeug sind. Zumindest aussehenstechnisch nicht. Die Bauweisen finde ich ganz cool gelungen. Ich finde vor allem die Heckparty von dem Spoiler hier richtig, richtig gut getroffen in Richtung Hypercar. Das Problem, was ich halt mit dem Fahrzeug grundlegend habe, ist das Stickerbogen. Also sorry, aber ich kapituliere davor. Also das klebe ich nicht auf. Und ich finde es generell, gerade bei so einem Set, was keine Spielfunktion hat, außer dass es rollt. Und die funktioniert eigentlich ganz gut, das muss man schon sagen. Aber das Set ist eben dafür gebaut, um irgendwo dazustehen und cool auszusehen. Und dann sollte es auch lange cool aussehen und nicht nach einer gewissen Zeit darunter leiden, dass die Sticker abgehen. Abgesehen davon habt ihr ja gesehen, wie zerknittert der Stickerbogen schon wieder angekommen ist. Da bekommt man die Sticker nicht mal neu dann so drauf, dass es wirklich richtig gut aussieht. Und das größte Problem, was im Raum steht, ist halt auch einfach der Preis. Wir haben jetzt von Wange dieses LMP Supercar für das Geld bekommen. Für das wäre bei Zembo so ein Set hier bekommen. Natürlich ist das erstmal nicht hundertprozentig zu vergleichen, wenn man jetzt ein Zembo Oldtimer Classic Car nimmt und mit diesem Wange Supercar vergleicht. Aber es ist glaube ich nicht von der Hand zu weisen, dass man mit diesem Set mehr Spaß hat und mehr davon hat, allein schon an der Masse, als mit so einem Wange Supercar hier. Und dann fällt es mir relativ schwierig, das Set zu empfehlen. Es kann ja sein, dass es bei euch draußen Leute gibt, die die Sticker super gerne aufkleben und überhaupt kein Problem damit haben. Dann könnt ihr das tun, aber selbst dann habt ihr meiner Meinung nach kein super gutes Set. Und das ist es mir halt dann nicht wert, dafür eine Kaufempfehlung zu geben. Davon abgesehen war das Set nicht mal vollständig. Mir haben Teile gefehlt. Hier oben auf der Scheibe sollte im Normalfall eine schwarze zweimal einer Fliese sein. Diese zweimal einer Fliese hat gefehlt, deshalb habe ich jetzt einfach mal das Gitter drauf genommen, das war das Ersatzteil dabei. Ist schon in Ordnung, es ist jetzt kein riesen Unterschied. Aber es sollte einfach nicht passieren, dass dort so eine Fliese fehlt. Ich meine, wir haben hier 175 Teile, da muss man es hinbekommen, dass alle Teile dabei sind. Gerade weil das ein Set für die Zielgruppe ist, die selber noch keinen großen Bestand an Teilen hat. Und wenn dann ein Teil fehlt, was wichtig ist zum Zusammenbauen, ja dann hat man halt nichts. Was mir sehr gut gefällt, sind zum Beispiel die Reifen. Dass wir hier hinter der Felge die Bremsscheibe angedeutet haben. Ich finde auch die Felgen cool gelungen und an und für sich das Design könnte richtig, richtig gut sein. Wenn man es halt nicht mit 100% Stickern zu tun hätte. Auch hätte man bei der Breite von dem Set gerne mal noch ein bisschen zulegen können. Und dann muss ich sagen, das Gesamtergebnis stimmt einfach nicht. Wir haben so eine Anleitung und tut mir leid, die ist ein Witz. Diese Anleitung ist ein Witz. Die Anleitung ist selbst für eine Faltanleitung schlecht. Ich meine, hier sind einfach Bauschritte in der Falt drin. Also man hat einfach durch den Bauschritt gefaltet. Also sorry, das macht man nicht. Das bekommen die verschiedensten Hersteller, die mit Faltanleitungen arbeiten, besser hin. Ansonsten haben wir noch ein paar Ersatzteile. Das ist natürlich immer gut, aber rettet das Set halt jetzt im Endeffekt auch nicht. Also wir haben zum Beispiel eine weiße Einmal-Einer-Plate, eine weiße Einmal-Einer-Fliese und so weiter und so fort. Es ist aber wie gesagt nichts, was das Set in irgendeiner Art und Weise besser macht. Und damit bleibt mir leider nichts anderes übrig, außer euch für dieses Fahrzeug hier keine Kaufempfehlung zu geben. Das kommt bei solchen Fahrzeugen in der Preiskategorie bei mir relativ wenig vor. Ich muss sagen, der Bau war in Ordnung, die Steinequalität ist in Ordnung. Es ist vom Bauen her kein Baugefühl wie bei Lego oder bei Kobi. Da ist es schon ein ganzes Stück noch drunter. Das Aussehen von den Teilen ist in Ordnung. Wir haben jetzt hier keine Weißtöne, die irgendwie vergilbt aussehen oder so. Das ist schon alles in Ordnung, aber es ist generell einfach zu wenig, um eine Kaufempfehlung auszugeben. Vor allem für diesen Preis. Wange hätte vielleicht ein bisschen auf die Show, auf der Box verzichten sollen und ein bisschen mehr Liebe in das Set stecken sollen. Dann wäre das wahrscheinlich ein viel, viel besseres Set geworden. Wenn ihr natürlich das Set selber besitzt, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Belly Brick. Und am Ende gibt es wie immer ein Fazit oder eben kein Fazit. Hä? An und für sich das Design könnte richtig, richtig gut sein, wenn man... Diese Menschen, äh, sagt man... Äh, 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 äh...